So settlode Oh god Isle Was ist das Junior? Oh god Wie guckt mich denn mein Kater an? Ich würde mich auch so anschauen, denke ich Fall wenn jemand sagt so Das ist das Ende der Welt. Der Welt. Da hilft uns nicht mehr außer Geld. Wir haben nicht mehr mehr... Oh Gott, 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 oh Gott! Super-To! Hohoho! Halt! Aber fuck ich war noch wirklich nicht aufeinigt. Da fliegt er davon. Dann lande wir jetzt im gegnerischen Tower. Ja. Mach ihm Schaden! Okay! Los! Jawoll, jetzt haben wir geborgen! Man sieht den Schaden nicht mal auf der Minimap! Hättest du dir nicht Crusher kaufen können? Hätt sich das richtig gelohnt! Man, jetzt hab ich ihn tot! Ja, ich frag mich nur warum! Sonst hat man ein Halbnetz aufzubauen, weil das ist Balanced! Oh, haben wir alle drei Bloodforge! Weil wir cool sind! Na, wir wissen, wie hier die Seas funktionieren! Also ich überleg immer zwischen Quincy's und Bloodforge. Und eins von beiden muss ich mir mal kaufen, aber... Ja, hab ich jetzt vielleicht nicht entschieden! Auch wenn es nicht besonders viel ist, aber ein bisschen! Ja! Ja, ich hab schon in den meisten... Ich hab nicht weit genug geschossen! Nein! Er hat's getan! Das war ja fast kein Schaden! Haha! Das dürfte für mich der Top-Layer-Damage sein! Wie kann ich mir jetzt schon so viel Basic-Schaden machen? Oh! Wie kann ich jetzt schon da reinlaufen? Wie kann ich jetzt schon nur leicht sein? Ach, wieder alle angesteckt hier! Bienen! Bienen! Für alle! Ey, die haben einen Hercules! Das ist mir noch gar nicht aufgefallen! Warum steht denn so weit da vorne? Die sind ja richtig aggressiv! Ja! Dafür, dass du einen Hercules hast, sind die richtig aggressiv! Ja! 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 Warum Lore zu hängen? Haha! Also mein Aim ist awesome. Gut gestumpt. Ich wollte es ja tun. Habe ich ihn einfach angesungen. Ich habe hier einfach mal ein Ding kaputt gemacht. Warum gibt ihr mir keine Medien? Weil du weggelaufen bist. Ja, steck alle an. Und die Wave. Yeah. Ja, steck alle an, Ding Wave. Das ist dein Ziel. Ist der Heck das versucht? So, steck alle an, ihr beiden. Ja, kein Mann. Boah, wie würde ich die nächste runterpocken. Unser Aim wird gar nichts machen. Los, steck alle an, Kai, Mann. So viel Schaden. Ja, jeder immer 30. Das addiert sich. Oh. Da war ein Ball. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, der mag deine Steine nicht. Ich glaube, der mag deine Bienen nicht. Der wollte die loswerden. Der hat gelesen, einmal ulti, ging die weg. Das stimmt zwar nicht, aber... Ja, steck alle an. So. Der Kyron hielt schön sein Team. Guck mal. Los, steck alle an, Ratte. Ja, weiter geht's. Ja, jetzt wird nur noch Kyron. Oh, schau mal. Oh, schau mal, ihn hier. Ne, wohnt ihn hier. Oh, ich hatte noch das hier. Ja, ich auch. Steck alle an, los! Darf ich die töten? Nein. Nein. Ich seh'n Pentacle. Ein Panther. Okay, jetzt darfst du sie töten. Los, ey. Außer meine Bienen, die sind irgendwann noch. Los, steck die Nahe an, steck Eisis an. Wie habt ihr wieder Bienen für Eisis? Eisis hat Bienen bestellt. Lieber die drauf. Schau mal, was du getan hast. Leute. Ich töte jetzt Jesus. Oh. Er hat auf mich zugerannt. Ein Feind hat sich geblasen. W-Kill. Oh. Ich spektate dich. Rein da! Nein. Ernsthaft? Ein Feind hat sich geblasen. Egal. Alles ist gut. Oh, meine Bienen hätten mir den nie getötet. Kannst du aufhören, mir nachzukaufen? Kannst du mal aufhören, mir nachzukaufen? Warum ist mein Mittelding hier kaputt? Boah, lass uns mal loodiert euchs Bogen kaufen. Finde richtig. Da haben wir schon drei ADCs sind. Das ist die einzig logische Wahl. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es schon ziemlich viel Schaden macht, wenn man so random auf die Gegner draufballern. Nicht mehr als meine Bienen, das ist ja wohl klar. Siehst du, was die Bienen mit Kyron einfach gemacht haben? Ist er quasi weg. Er ist ja fast schon tot. Ja, ich geh mir. Mach die Wand dahin, dass man... Ja, lauf nochmal in das Feld rein. Der Hund macht übrigens mehr Spann als die Bienen. Ja, Bienen für alle! Ja, alle haben sie Bienen! Ich muss leider Power gehen, denn die laufen alle in meine Bienen. Ich muss dieses Mensch hier eindeutig mit einem Caster spielen spielen. Ich will das sein. An enemy have been slain! Bienen! Was geschieht hier? Apollo? Was ist dein Plan? Äh, einmal um die Welt stehen. Hey, die Ratte hat's für mich geholtet. Die kommt hier, da ja. Jetzt höre ich ja volles Mann an. Die denn? Die machen nur noch neuner Tick. Wem war das mal zig? Oh Gott. Haben sie ein bisschen Defense dazu bekommen, bei den Levels. Lächerlich. Yeah, Bienen auf Kyron. Bei dem macht's noch zehn. Nice! Alles auf Kyron-Stam. Ha, ha, ha. Oh, ich müsste mal treffen. Also immer wenn ich Ult ready hab, dann ult ich mal kurz. Weiß, sonst wird mir zu langweilig. Das Match hier ist doch voll geil. Und weißt du warum? Weg den Bienen! Na, wenn die Gegner meine Bienen sehen, denken die sich... Oh Gott, 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 oh Gott. Deine Bienen sind da, nur dafür da, um Gegner zu zonen. Keiner. Der Tauer soll meine Bienen angreifen. Ich hab Ulf für dich, ich Ulf. Der Pferdchen kann uns nicht aufhalten. Die Bienen regeln das. Ich hab euch ein kleines Ständchen gesungen. Die Biene stirbt. Nicht. Oh oh. Die Maze passive. Warum haben sie was getan? Das ist doch nicht fair für die. Okay. Hast du dir das so vorgestellt? Ja. Jetzt haben sie nur. Ey. Was kostet noch? Äh. Was ist das, Bro? Geld. Da sind 3-Item-Pills? Wtf. Wir haben auch dreimal Sprint. Hm, das wird kein Quinceas, das wir uns kaufen, ne? Und den Damage-Pot mache ich auch. Jetzt geht's los. Wenn gleich die Minion-Wave kommt, haben wir nur mit Basics drauf? Leute, Leute, wir recken die ja von hier! Kommt mal schön wieder zurück! Wir sind so broken, Alter! So viele Blitze! Habt ihr das gesehen? War das so gut? Ja. Das ist ja schlimmer, wie bei Tink-Tjungs-Monten diese Zeuse, ey! Das war ja viel schlimmer! Überall so zck 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 zck! Die Odysseus-Bogentaktik! Dann sind wir einfach nur Sprit und rennen rauf und rum los! Du musst dran denken, dass du die Szene noch aus einem anderen Blickwinkel aufnehmen kannst, ne Nase! Hä? Die Odysseus-Bogentaktik! Kannst du übrigens im Spectator-Modus nachgucken und im Video reinschneiden! Aus anderen Blickwinkeln! Nice! Oh Gott! Das ist so... Witzig! Schau dir mal einen Top-Player-Damage an! Ohne die Bienen wäre das nicht möglich gewesen! Ja, stimmt! Das summiert sich einfach! Aber der schlimmste Feind der Bienen ist der HP-5! Ja, der schlimmste Feind der Bienen ist... Medi! Mark of the Vanguard! Dann steht da irgendwann einfach nur noch Immun! Oh, der Himmel-Lion! Dann kriegst du von deinen 20 Schaden, die du machst! Nein, das ist Ability-Schaden, kein Basic-Attack-Schaden! Oh!